Hi zusammen, hier ist wieder euer Marco. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ein einpoliger Spannungsprüfer aufgebaut ist und wie er funktioniert. Ich habe zwei Beispiele für euch vorbereitet und zeige, wie ihr ganz einfach die Spannung an einer Steckdose oder zum Beispiel einem Stromkabel an der Deckenlampe messen könnt. Viel Spaß dabei! Wenn euch dieses Video weiterhilft und ihr von mir keine Arbeit mehr verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und macht dann mit diesem kleinen Handwerker hier eine große Freude. Okay, lasst uns mit ein paar grundsätzlichen Inhalten starten. Beachtet bei der Arbeit mit stromführenden Leitungen immer die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik oder ein einpoliger Spannungsprüfer, also Phasenprüfer oder auch Lügenstift genannt umgangssprachlich, wird eben seit Jahrzehnten schon als einfaches Prüfmittel für Spannungsfreiheit verwendet, aber nach geltender Norm sind diese zum Feststellen einer Spannungsfreiheit immer unzulässig, weil sie einfach nicht hundertprozentig zuverlässig arbeiten. Da muss grundsätzlich halt immer noch mit einem zweipoligen Spannungsprüfer nachgemessen werden, das heißt verlasst euch nicht ausschließlich auf das Ergebnis von einem einpoligen Spannungsprüfer. Der Aufbau von einem einpoligen Phasenprüfer ist dabei schnell erklärt. Dieser besteht aus einem hochohmigen Widerstand im Bereich von 820 Kiloohm, einer Glimmlampe und einer Kontaktplatte am Kopfende. Diese Komponenten werden in einem Schraubenzieher verbaut. Die Spitze des Phasenprüfers wird zur Messung an den zu prüfenden Leiter gehalten, also zum Beispiel in ein Loch der Steckdose. Das andere Ende des Schraubendreher wird mit dem Finger berührt. Ist der geprüfte Kontakt der Außenleiter oder auch Phase genannt, dann leuchtet die Glimmlampe auf. Der Stromkreis wird hier über den Finger und den Körper bis zur Erde hin geschlossen und durch den hohen Vorwiderstand fließt eben maximal ein Strom von 0,5 mA durch den Körper. Aber ganz wichtig, dieser ist eben nur für gesunde Menschen ungefährlich. Bei einem Herzschrittmacher oder anderen Herzimplantaten sollte man selbst bei so einer geringen Stromstärke aufpassen und überhaupt keine Stromkreise über den Körper schließen. Okay, genug Theorie, auf zur Praxis. In dem Fall sehen wir an unserer Steckdose zum Beispiel, dass sobald der Stromkreis geschlossen wurde, wir haben also unseren Daumen oben auf der Kontaktplatte, leuchtet die Glimmlampe ganz klar auf und sagt uns somit, okay, hier liegt noch Spannung an der Leitung an. Das Ganze kann man natürlich auch mit einem Stromkabel aus der Decke, wo man seine Deckenlampe montieren möchte, machen. Wichtiger Hinweis, ich persönlich würde damit nie in der Praxis arbeiten, sondern in jedem guten Werkzeugkoffer gehört ein Multimeter oder ein zweipoliger Spannungsprüfer. Meine Empfehlungen habe ich euch wie immer in der Infobox unter dem Video verlinkt. Das heißt, so eine Lösung hier, das kann, wenn man grundsätzlich mal ganz kurz messen möchte, ob wir noch Strom drauf haben oder nicht, kurz eine Alternative sein. Verlasst euch aber bitte niemals auf dieses Messergebnis. Und als Erfahrungswert aus der Praxis, es kann bei jedem Prüfgerät auch immer sein, dass das Gerät an sich nicht sauber arbeitet. Das bedeutet, bevor ihr, egal womit, prüft, ob Spannungsfreiheit vorliegt oder nicht, sollte das Messgerät immer an einer Leitung geprüft werden, wo Spannung anliegt, um zu schauen, ob es ordnungsgemäß arbeitet. Und an der Stelle wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen weitergeholfen. Falls ja, unterstützt mich gerne mit einem Daumen rauf, einem netten Kommentar oder einem Abonnement. Dann würde es mich sehr freuen, euch im nächsten Video auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, viel Spaß bei eurem Projekt. Alles Gute, macht's gut, ciao, euer Marco. Gute, macht's gut, ciao, euer Marco.